Es gibt Sachen, über die darf man nicht reden. Sachen, die früher passiert sein. Aber dass man nicht drüber reden darf, ist auch nett, dass man es je vergessen kann. Es gibt nämlich Sachen, die lassen sich nie mehr vergessen. Was willst du da bei uns? Wir machen also Billa, mit so einem Kasten. Du hast dich in Krimenamen, aber nicht zu schön. Und du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt es da wirklich Indianer? Und wieso sprichst du dann Deutsch? Die Männer, wer sind die? Die Söhne, Brennerbaul. Bist es du? Und deine Mutter? Von da an hat es nicht mehr lange gedauert. Wir sind lang bei uns, die Winter. Bevor es finster geworden ist. Bei uns im Tal. Ich möchte beichten. Ich habe das Wundergebot gebrochen. Ich habe getötet. Wer bist du? Das, was damals geschehen ist, das erzählen sie gleich heute noch. Wann ist die Hochzeit? Weit. Ich will, dass du es bist. Tanz! Die Dautenglocken. Sie werden kommende mich suchen. Ich will ihn lebend. Die werden zu uns kümmern. Nein, ich komme zu denen. Die Freiheit ist ein Geschenk, das sie nicht jeder gern machen lasst. Ihr Rest. Die Dätiglocken. Untertitelung des ZDF, 2020